Musik Hallo liebe Wanderfreunde, ihr kennt mich. Ich bin's Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir, Sarah und ich, eine Traumschleife und zwar den Grenzblickweg. Er ist etwa 13 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie diese so ist, dann kommt mit. Musik 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 Kuckuck! 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 Bei dem ein oder anderen Wegeabschnitt hat man schon bemerkt, dass Sabine gut geblasen hat, also Sturmtief Sabine. Wir sind nicht Katzen. Man 大. Die Dichtung sind sicher. Wannen ein. Stimmen Wien. Die Dichtung ist nach dem Wien. Ich habe das Bedeut daraus. Das war's für heute. hallo leute noch etwa 2 bis 3 kilometer dann sind wir auch schon wieder im auto der weg hat uns gut gefallen vor allem wegen den schönen ausblicken weit ins land wir hätten uns aber mehr informationen über diesen weg erhofft warum dieser grenzblick weg heißt na ja war leider nicht vorhanden aber wenn euch dieser weg gefallen hat würden wir uns über kommentare sowie über einen daumen hoch sehr freuen also bis dann ciao so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf diesem Weg hat man schon gesehen, dass Sabine gut geblasen hat. Man merkt schon, dass Sabine gut geblasen hat. Also das Sturftief. Sturftief.